Ah, schön, dass ihr da seid. Dann können wir ja loslegen. Und zwar möchte ich gerne heute mit euch über die noch anstehenden Neuerscheinungen für Dungeons & Dragons 5. Edition in 2021 reden. Und ich werde mich auf die offiziellen Neuerscheinungen, sprich die von Wizards of the Coast, beschränken. Ich weiß, dass es da noch viel mehr gibt. Es gibt ja zum Beispiel Kobold Press oder auch kfudu-bezogene 5. Editionswerke. Die sind allerdings aufgrund der Tatsache, dass meine Zeit und auch meine Ressourcen limitiert sind, nicht Teil dieses Videos. Was Teil dieses Videos ist, sind die noch zu dem Zeitpunkt des Drehs drei bekannten Ankündigungen für dieses Jahr, die auf Englisch erscheinen werden. Und ich werde im Anschluss der Vollständigkeit halber auch noch einmal die drei bzw. vier Neuerscheinungen auf Deutsch, die ersten deutschen Werke, die direkt von Wizards kommen, auch noch mal vorstellen. Und hier gleich der Hinweis, da hat sich das Erscheinungsdatum nach hinten verschoben. Mehr dazu dann aber auch an der entsprechenden Stelle. Es soll dabei alles eine grobe Übersicht sein. Ich werde also nur ein wenig dazu sagen, worum es in den entsprechenden Büchern gehen wird. Das Ganze soll nämlich nicht zu umfangreich werden. Und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und den Anfang macht am 21. September Wild Beyond the Witchlight ein neues Abenteuer für die Stufen 1 bis 8, das sich von den gängigen Fantasy-Mittelalter-Settings ein wenig entfernt und ein Zirkus-Thema aufgreift, das dann wiederum in ein Feenreich hineinführt. Das ist ein recht bekannter Teil des Multiversums von Dungeons & Dragons. Und hier erwarten euch dann Fabelwesen und Feen sowie andere märchenhafte Elemente. Denkt so ein bisschen auch in die Richtung Alice im Wunderland und das Ganze verknüpft mit der typischen Dungeons & Dragons-Formel und euch erwartet eben Chaos in Reinstform. Eine Besonderheit des Abenteuers soll sein, dass bei der richtigen Herangehensweise es vollständig ohne Kampf durchzuspielen sein soll. Da bin ich sehr auf die Umsetzung gespannt, ob das auch interessant gemacht ist, denn ein großes Kernelement und tatsächlich auch der Großteil der Regeln beschäftigen sich eben genau mit der gewalttätigen Auseinandersetzung, aber lassen wir uns überraschen. Am 19. Oktober folgt dann Fisbane's A Treasury of Dragons, eine Art Mischung aus Xanathars Ratgeber für alles und Mordenkainen's Foliant der Feinde, also ein Buch mit allen möglichen Spieleroptionen, aber auch Hintergrundinformationen, Lore, eben speziell für Drachen und Drachengötter, als auch ein Monster-Kompendium mit über 40 neuen Monstern, die halt drachenbezogen sind. Eines der Highlights für mich persönlich dabei, die Edelsteindrachen, die jetzt wieder ihren Weg offiziell in die 5. Edition finden, sprich wem rote Drachen, blaue Drachen, schwarze Drachen, Golddrachen, bronze Drachen, Silberdrachen und so weiter, wem das nicht reicht, für den gibt es jetzt auch noch von Robin Bismaragt, was das Edelsteinherz begehrt. Am 16. November schließlich erscheint das zumindest zum Zeitpunkt dieses Drehs letzte angekündigte englische Werk und zwar Strixhaven, ein weiteres Crossover mit Magic the Gathering und hier dreht sich alles um die namensgebende Akademie für Magiebegabte. Das Buch soll dabei Regeln enthalten, wie eben ihr eure Abenteurer stärker in einen solchen, ja, ich nenne es mal Schulalltag einbinden könnt. Außerdem enthält es verschiedene Abenteuer, die eben entweder einzeln gespielt werden können oder zusammen eben eine Kampagne im Laufe eurer Schuljahre darstellen kann. Eins der Highlights für mich persönlich ist eine neue Spezies, nämlich die Olin. Wer schon immer mal eine flauschige Eule spielen wollte, der kriegt hier die Gelegenheit. Außerdem wird es noch weitere Regelergänzungen geben, halt all die guten Sachen, die ihr von einem Settingbuch eben zu erwarten habt. Und nicht zuletzt beim Crossover mit Magic the Gathering natürlich, hoffentlich, ich bin mir sicher, jede Menge fantastisches Artwork. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch eine Kleinigkeit ergänzen und zwar wird am 21. September auch noch ein neuer Dungeon Master Screen erscheinen, der auf deiner Inseite spezielle Infos beinhalten soll, dass ihr gerade solltet ihr ad hoc ein namensgebendes Verlies benötigen, dieses mit den Regeln schnell zusammenstellen könnt. Und noch ein paar andere Extras, ihr seht hier eine Einblendung des Materials sollen dabei sein. Das ist etwas Spezielles, das wird nicht jedermann brauchen. Ich würde tatsächlich sagen, brauchen tun das die wenigsten. Aber wenn ich ein Video über offizielle Releases von Wizards of the Coast mache, dann möchte ich das natürlich der Vollständigkeit halber nicht vorenthalten. So und dann kommen wir noch zu den deutschen Releases. Ich hatte ja schon ein Video darüber gemacht, dass Wizards of the Coast jetzt den deutschen Vertrieb, also den Vertrieb der deutschen Version, selbst in die Hand genommen hat, in die Hand nehmen will und auch dort schon die Inhalte genannt. Aber ich möchte gerne, dass in diesem Video alles beisammen ist und ihr diese konzentrierte Quelle habt. Deswegen hier nochmal ganz grob zusammengefasst, was es geben wird und auch für alle anderen wichtig. Der Erscheinungstermin hat sich verschoben. Pandemie bedingt gibt es wohl Lieferengpässe, weswegen sich das Ganze auf den 8. Oktober verschiebt. Zumindest der Release der ersten Sachen, also sprich das neue Abenteuer. Einsteigerset, das sogenannte Basisset erscheint da. 8. Oktober und ist die deutsche Version des englischen Essentials Kit, also sozusagen eben des Einsteigersets 2.0. Am gleichen Tag erscheinen auch die drei Grundregelwerke, sprich das Spielleiterhandbuch, das Spielerhandbuch und das Monster Manual, auf deutsch Monsterhandbuch auch. Ihr werdet all diese Bücher zur unverbindlichen Preisempfehlung von 39,99 in Zukunft bekommen. Natürlich kann ich nicht sagen, was tatsächlich schlussendlich die Läden selbst dafür verlangen werden. Außerdem erscheint am 19. Oktober ein Geschenkeset, in dem alle drei Grundregelwerke enthalten sind, sowie der Dungeon Master Screen, der klassische in einer härteren Version. Das ist der gleiche, inhaltsgleiche zu dem, der sich im Basisset befindet, abgesehen von einem anderen Covermotiv. Sehr praktisch, etwas, das ich selber immer noch verwende, immer noch sehr gerne verwende. Ich mag auch das Bild, muss ich zugeben. Was mich hier ein bisschen gewundert hat, ist, ich habe nichts finden können, wo man den einzeln erwerben könnte. Und gleichzeitig ist es wohl eher so, dass die wenigsten Leute die Grundregelwerke mit dem Geschenkeset erwerben wollen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass hier noch nachgebessert wird und dass der DM Screen dann entsprechend auch separat erhältlich sein wird. Und das war es dann auch schon. Ich hatte ja gesagt, dass es sich um einen Überblick handeln soll, sodass ihr grundsätzlich wisst, was noch auf euch zukommt dieses Jahr und entscheiden könnt, wo ihr euch vielleicht eingehen damit beschäftigen möchtet, was für euch interessant ist. Ich werde, so ich die Möglichkeit habe, euch dann auch zu den jeweils erscheinenden Produkten einen tiefer gehenden Überblick geben, wenn ich sie denn in die Finger bekomme. Kleiner Disclaimer, abgesehen vom Buch Rhyme of the Frostmaiden kaufe ich mir das alles selber. Und dementsprechend kann ich nicht fest zusagen, dass ich euch die neuen Übersetzungen der Grundregelwerke zeigen kann oder dazu groß meine Meinung abgeben, da ich noch nicht weiß, ob ich das Geld übrig habe, Dinge, die ich bereits auf Englisch besitze, nochmal auf Deutsch zu kaufen, nur um zu schauen, wie die Übersetzung denn gelungen ist. Davon abgesehen hoffe ich, dass ihr etwas mit diesem Video anfangen konntet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und auch ein Abo da, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch jede Menge Brettspiel-News. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Keine Sorge, ich mache da nicht so viel, dass dann überwältigt wird, aber ihr bleibt so ein bisschen auf dem Laufenden, was bei mir so reinkommt, womit ich mich beschäftige. Auch dort müsst ihr dann aber einige Brettspiel-Infos über euch ergehen lassen. Das soll aber genug der langen Nachrede sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag.